Oh, mir doch egal. Mach hier mal all was. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Caesar erobert. Wir haben Einsatzziel Albert 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 erobert. Hm, ich weiß. Feind getroffen 112. Na klar. Na prima und der Türke hat ein Panzer. Ich hab kein Reparaturwerkzeug mit. muss ich schaueln. Wir hätte aldrig mehrrats heim individuals. Wir haben ein Schuss gesagt. Nacholution, leer CatanzBER. Und von Ihren Geld heißt, Was für Munition? Wir verlieren Einsatzziel, David. Ich brauche Munition! Hat jemand Muniz... ...mensch, es klotzt aber auch keiner. Da brauchst du nicht hin. Ja, Mann, ich bin nicht hin. Am Ende, wenn man dann wieder... ...mensch. ...mensch. ...mensch! ...mensch. Wenn du halt auf dem Boden liegst, heißt das nicht, dass du wieder Boden bist. Hier, Munition für dich! In der schlechtesten Leitung hat sie ein Liedekidmetzer, das hilft. Dann laufen wir zu. Stimmt ja gar nicht, na ja. Munition für dich! Ja, die haben wir eine geile Situation. So wie ich hier jetzt gesessen habe, hatte ich mal ein Spiel, war ich alleine auf der Flagge. Alles voll mit Gegnern und keiner hat mich gesehen. Die haben mich gesucht. Dann wollte mich der Panzer überfahren, äh ne der Panzerwagen, hier das normale Fahrzeug. Der ist hier an dem Blumenkübel hängen geblieben und konnte mich dadurch nicht überfahren. Das war der einzige, der mich gesehen hat. Die anderen haben alle gedacht, was macht denn der Idiot dort mit dem Panzerwagen? Naja, äh. Ich hab das erst irgendwann weggefahren, weil es nicht blöd war, ist alles gestiegen. Da hab ich ihn umgeschossen und dann haben es alle anderen mitgekriegt, dass ich dort gehockt hab. Ja, das sind gemeine Umhänger. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Ah, ich hab da hinten eingekillt. Ui, das war auch knapp. Wir haben Einsatzziel Friedrich. Die stehen fünf Sunnies auf der Flagge. Die stehen fünf Sunnies auf der Flagge, äh. Die Metz hinterhalte ich nur einer. Hab sie vergessen. Aber heilen, heilen, heilen. Heilen wird doch ganz übergewertet. Wir haben Einsatzziel, eh nur um. Ja, ich glaube, ich bin ich voll. Krieger, wo latscht du denn rum? Hinter mir ist einer. Krieger, dreh dich rum. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Ja, ne, hier, bei mir. Hab ich. Ich bin ihm. Ich bin ihm. Ich bin ihm. Okay. Ja, wenn du in der Barotkanade stehen bleibst, stirbst du, du Vollidiot. Und er kommt noch weg, Alter, das erzählt sie mir doch nicht. Hier oben im Haus, Leute. Wir verlieren Einsatzziel, David. Braucht jemand Munition? Hab ich. Wir haben Einsatzzel. Wir haben Einsatzzel. Ziel Friedrich erobert. Scheiße. Er kriegt mich echt noch gerätzt. Geiler Typ. Kannst aufhören zu schießen. In die Gase. Ich weiß. Nein, war schon tot. Flammenwerfer, Mann. Ich habe jetzt noch zwei umgeschossen. Wir verlieren Einsatzziel, Bertha. Wir haben Einsatzziel E. Ja, wenn die... Oh, geil. Der Panzer hatten wir gemacht. Oder eine Panzerbüchse. Oder eine Panzerbüchse. Ne, eine Panzerbüchse war es sogar. Ich habe den am schweren Mg. Farkoahil Sturm. Aaaaaach Hier, Munition! Hier, Munition! Scheiße, voran steht ein kleiner Panzer! Wir verlieren Einsatzziel Cäsar! Halbzeit, wir haben die Oberhand! Hier, Munition! Hat jemand Munition bestellt? Hier, Munition! 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 bestimmt oben im haus Ich brauche einen Sani! Wo haben sie den? Der teleportiert sich 5m auf dem Schlachtfeld umher Ach jetzt wirds aber lächerlich Er steht 4m links von mir Er steht 4m links von mir Und mit einem Messerdammelchen steht direkt vor mir So langsam wirds echt lächerlich Wir verlieren Albert Hier Munition für dich Wird ich nicht drauf werden Naja Muss noch einer sein Naja ist jetzt weg Die Harmen Jaja der war schon weg Der da Wir haben einsatz ziel david verloren Im Weg Wir haben einsatz ziel Friedrich erobert Die haben einsatz ziel friedrich erobert Ah mhm, auch gehitert, 22 naja, ist down ich hab den haben sie, ach ne, ganz noch, da unten drunter jetzt hat irgendeiner mit der Panzerbüchse hineingeschossen ja, dann hast du irgendwas ausgelöst, weil ich hab nämlich übelst Schaden gekriegt was heißt übelst, 20 Schaden oder was, ganz glücklich ich wusste, es hat einer mit der Panzerbüchse reingeschossen ich hab's genau gewusst mann ich wusste zwar eine Panzerbüchse, ich hab's genau gewusst ich bin wieder alleine irgendwo kriegt's denn keiner mal gebacken hat jemand Munition beschwert? hat jemand Munition beschwert? da wir verlieren einsatz Was ist hier mehr? Eindeutig feindlich. Hier, ich hab ein bisschen Munition gebrecht. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Was machen wir das hier? Weiß, wir testen hier, wir testen! Fass der Oga, hab ich. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Weil du nicht mehr der Panzerfahrer bist. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ja. Ja. Hier, freche Munition. Da, feindliches Maschinengewehr. Wir gewinnen. Ja. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018